Eines Nachts bekam Fausi, so hieß der Ägypter, einen Anruf. Hallo, ist da Fausi? Ja, ich bin Fausi. Warst du heute im Parlament? Ja, ich war im Parlament. Hast du diese Neuen Testamente verteilt? Ja, ich habe die Neuen Testamente verteilt. Ich bin der Sicherheitschef. Herzlich Willkommen im Open Doors Hoffnungszentrum für verfolgte Christen. Danke, dass du dich heute zugeschaltet hast. Wir haben hier Jerry aus den Niederlanden. Er war früher Projektleiter für Open Doors und hat ein so spannendes Leben. Jerry, herzlich Willkommen bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Jerry, du warst als allererstes von Open Doors aus in Irak und hast Bibeln dorthin geschmuggelt. Und bevor du darüber etwas erzählst, würde ich gerne wissen, wie war die Situation in Irak? Wann warst du da? In welchem Jahr? Und wie war die Situation? Ich war 1994 zum ersten Mal mit meinem Kollegen Stefan im Nordirak. Einige erinnern sich vielleicht noch an ihn. Er war auch schon in dieser Sendung. Und er hat mich in den Irak eingeladen. Wir sind mit zwei Transportern den ganzen Weg von Holland in den Nordirak gefahren. Im hinteren Teil der Transporter konnte man schlafen. Es gab immer einen Fahrer und einen Beifahrer. Und so hatten wir vier Leute in zwei Transportern. Wir hatten uns hinten ein Bett zurechtgemacht. Und unter dem Bett konnte man Sachen verstecken. Es war nicht wirklich gut versteckt, aber man konnte Sachen darunter verstauen und sie mit ins Land nehmen. Die erste Reise, die wir unternahmen, führte uns 5000 Kilometer durch die Niederlande, Deutschland, die Schweiz und quer durch Italien. Und Stefan sagte, nimm deine Badehose mit, denn wir fahren durch Griechenland. Wir kamen also mit der Fähre von Bari nach Icomenica in Griechenland. Wir fuhren durch das Land und in den Bergen schneite es. Wir rutschten also mit den Transportern durch den Schnee. Da war richtig gut, dass ihr eure Badehosen dabei hattet. Ja, gut, dass wir unsere Badehosen dabei hatten, ja. Und dann ging es den ganzen Weg durch Griechenland, dann durch die Türkei und von der Türkei schließlich in den Nordirak. Und natürlich gab es dort Soldaten an der Grenze, sodass man vorsichtig sein musste, was man sagte. Wenn man auf die Frage, wohin man will, Kurdistan sagte, waren sie alarmiert. Oh, wir sagten also nicht Kurdistan, sondern Kurdistan. Aber die Situation im Nordirak war nicht so gut. Viele Menschen waren arbeitslos, natürlich auch kurdische Menschen. Und Saddam hatte Schulen und Bücher in ihrer Sprache verboten. Es gibt ein paar kurdische Sprachen, Bahrdini, Sorani und in der Türkei Kurmanji. Aber ihre eigene Sprache war nirgendwo zu hören. Nicht im Radio, nicht in Büchern, nicht in der Schule oder sonst wo. Sie brauchten also Materialien. Es fehlte ihnen an allen möglichen Dingen. Und auch die Kirchen hatten natürlich einen Mangel an gutem Material. Wie weit war die Regierung von Saddam bereits installiert zu dieser Zeit? Nun, im Süden waren sie natürlich sehr stark. In Kurdistan hatten sie nicht viel Macht, aber manchmal fielen sie in das kurdische Gebiet ein und die Kurden mussten sich wehren. Es war schrecklich. Und auch die Lage auf dem irakischen Festland und in Bagdad war schrecklich. Saddam war ein Tyrann. Wenn du etwas gegen ihn gesagt hast, löschte er dich und deine Familie aus. Und auch seine Söhne waren furchtbar. Sie haben Mädchen von der Straße aufgegabelt und vergewaltigten sie. Sie brachten sie ins Schlafzimmer und wenn sie dann mit dem Mädchen fertig waren, nahmen die Wachleute das Mädchen und warfen es später irgendwo in einen Graben. Es gibt furchtbare Geschichten. Aber die Kirche dort hielt sehr an ihren alten Traditionen fest. Ich wurde zu einem Kirchentreffen im Norden eingeladen von Pastor Schlemoun, einem Pastor einer assyrischen Kirche. Es war ein kalter Wind und sie hatten diesen großen Ofen in der Mitte der Kirche. Sie warfen Holz hinein und es wurde sehr heiß im Gebäude. Und seine Predigt oder was auch immer er da vorne am Tisch machte, wie nennt man das, am Tisch mit dem Wein und so weiter. Und sein Gerede ging immer weiter und weiter. Und ich konnte sehen, wie sich die Leute langweilten und einige sogar einschliefen. Nach dem zweistündigen Gottesdienst fragte ich Pastor Schlemoun, was hast du da oben gemacht? Und er sagte, oh, ich habe dies und jenes getan und das alles in der alten assyrischen Sprache. Er war so stolz, denn Jesus hatte diese alte assyrische Sprache auch gesprochen. Ich sagte, nun, das ist wunderbar, aber verstehen die Menschen das alte assyrisch? Und der Pastor sagte, nein, nur ich, ich habe alt-assyrisch studiert, aber die Leute verstehen es nicht. Sie konnten also nichts verstehen. Kein Wunder, dass sie dort in den zwei Stunden eingeschlafen sind, während der Priester all diese Handlungen abhielt. Das erinnert mich ein bisschen an die Zeit, als in Deutschland noch auf Latein gepredigt wurde und keiner das verstanden hat. In Holland auch? Ja, in Holland auch, genau das Gleiche. Ja. Die Kirche brauchte also auch Material und Bücher in ihrer eigenen Sprache. All das fehlte ihnen. Aber auch das war verboten. Saddam hatte das verboten. Ja, oh ja, er hat es verboten. Das heißt, ihr musstet wirklich vorsichtig sein? Ja, man musste vorsichtig sein, ja. Und endlich druckte die Bibelgesellschaft das Neue Testament in Sorani. Es war endlich fertiggestellt. Sobald die verschiedenen Bücher in Sorani übersetzt waren, wurden sie gedruckt. Also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, all die Bücher waren nun endlich da. Sie hatten alles beisammen. Die Bücher hatten verschiedene Farben, weil verschiedene Papiersorten bedruckt wurden. Und einen Monat später hatte das Papier wieder eine andere Farbe. Aber das spielte keine Rolle. Endlich bekamen sie das Neue Testament und es war ziemlich groß. Fast so groß wie ein Telefonbuch. Es war ein großes Buch, nicht auf dünnem Papier gedruckt, aber es war das Neue Testament in Sorani, in ihrer Sprache. Und so begannen sie, die Bücher überall zu verteilen. Es gab einen Evangelisten aus einer Kirche in Ägypten, der in Kurdistan als Missionar tätig war und der diese Neuen Testamente verteilte. Im Parlament. Was? Ja, im kurdischen Parlament. Alle Parlamentsmitglieder wollten eine Kopie. Okay. Und eines Nachts bekam Fawzi, so hieß der Ägypter, einen Anruf. Hallo, ist da Fawzi? Ja, ich bin Fawzi. Warst du heute im Parlament? Ja, ich war im Parlament. Hast du diese Neuen Testamente verteilt? Ja, ich habe die Neuen Testamente verteilt. Ich bin der Sicherheitschef. Als er das hörte, dachte Fawzi, ich werde bestimmt aus dem Land geworfen, weil ich evangelisiert habe und jedem ein neues Testament gegeben habe. Der Mann am Telefon sagte, ich bin der Sicherheitschef und du hast mir auch ein neues Testament gegeben. Oh, sagte Fawzi, schön für dich. Und der Sicherheitschef sagte, ja, aber ich habe noch vier Brüder und fünf Nachbarn. Ich möchte zehn weitere von den Büchern haben. Und Fawzi sagte, ich komme morgen und bringe dir eine Kiste mit. Und das war nicht, weil er unbedingt ein neues Testament haben wollte, sondern weil es ein Buch in ihrer Muttersprache war. Okay, aber egal. In Surani. Ja, und sie liebten es. Der Herr hat diese Situation benutzt. Jeder wollte dieses Buch lesen. Jeder wollte es lesen. Und weil es das Neue Testament war, erhielten sie die Botschaft des Evangeliums. Halleluja. Das war großartig. Das heißt, ihr konntet das im Land dann drucken, diese Bücher? Ja, es wurde im Land selbst gedruckt. Und wir fanden heraus, dass sie noch mehr drucken wollten. Und wir halfen ihnen dabei. Ich kann dir später mehr davon erzählen, wie sie noch mehr Material druckten und Bücher übersetzten, die ich mitbrachte. Es waren englische Bücher, alle Arten von Büchern, wie die Bücher von Bruder Andrew. Auch? Oh ja, das liebten sie. Und wir haben es in Surani und Bahrdini gedruckt, in ihren Sprachen. Super. Wie war eigentlich die Situation der Kirchen, der Gemeinden in Irak? Nun, es gab eine große Gemeinschaft von Christen, 750.000. Wenn du dir die Situation jetzt ansiehst, sind es nicht einmal 200.000, glaube ich. Du kannst dir also vorstellen, wie viele Menschen aufgrund der schlechten Lage und der Verfolgung aus dem Land geflohen sind. Die Kurden konnten kaum Arbeit finden, aber die Christen waren noch schlechter dran als sie. Wie konnten sie also einen Job bekommen? Es war sehr schwierig für sie. Also praktisch wie eine doppelte Verfolgung. Ja. Nicht nur Kurde, sondern auch noch Christ. Ja. Und wie verstehen sich die Gemeinden untereinander? Wie ist die Situation der Kirchen? Es gibt alle möglichen Kirchen. Es gibt die chaldäische Kirche, die mit der katholischen Kirche verbunden ist. Es gibt die alten assyrischen Kirchen. Sie waren stolz darauf, die erste Kirche in der Sprache Jesu zu sein. Das habe ich ja schon erzählt. Aber es gab auch einige evangelikale Kirchen und sie wuchsen immer mehr. Den traditionellen Kirchen gefiel das natürlich nicht. Denn einige der jungen Leute fühlten sich zu den Treffen mit anderen jungen Leuten hingezogen, die bereits gerettet worden waren. Und es wurden immer mehr, die gerettet wurden und sich taufen ließen. Es war ein ziemlicher Kampf. Die alten traditionellen Kirchen sahen, wie die jungen Leute zu den evangelikalen Kirchen gingen. Und sie begannen, einen unserer Partner, Pastor Yussef, zu beschuldigen, er würde ihre Leute stehlen. Es kursierten Gerüchte, dass er Geld dafür bezahlte, in seine Kirche zu kommen. Das stimmte natürlich nicht, aber es gab alle möglichen Probleme. Es war nicht sehr schön, nein, es war schwierig. Du hast erzählt, dass ihr durch all diese Länder mit dem Bus gefahren seid, mit diesen Büchern. Und jedes Mal kommst du wieder an eine Grenze. Und jedes Mal ist es ein Abenteuer. Werdet ihr entdeckt? Werden die Bibeln entdeckt? Was habt ihr da erlebt? Es war eine aufregende Zeit. Denn wir hatten eine Menge Material, das wir in den Nordirak nach Kurdistan bringen wollten. Aber bis dahin war es ein langer Weg. Wir konnten nicht einfach einen Lastwagen dorthin schicken, denn dieser wird dann geöffnet und das Material gefunden. Also haben wir zuerst eine große Ladung nach Griechenland gebracht. Und die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei ist auch nicht gerade einfach. Die Türken sind nicht sehr glücklich darüber, Bibeln und neue Testamente in anderen Sprachen im Land zu haben, die die Menschen in der Türkei nicht lesen können. Sie wussten also, dass die Bücher für ein anderes Land bestimmt waren. Warum bringt ihr die Bücher also hierher? Ich musste die Bücher also zuerst von Griechenland nach Istanbul schmuggeln. Es waren verschiedene Fahrten mit Freiwilligen, die die Transporter fuhren. Und wir hatten diese magnetischen Schilder, die sie am Transporter anbringen konnten. Es sah dann aus, als wären wir von einer netten Reiseagentur. Und die Grenzbeamten sagten, oh, das sind die Leute von einer Reiseagentur, lass sie durch. Und so hatten wir einen großen Lagerbestand an Büchern in Istanbul. Danach brachten wir sie mit dem Lkw intern von Istanbul nach Jabakür, das im Osten der Türkei liegt. Und dann war es noch eine vierstündige Fahrt von Jabakür in den Nordirak. Aber das musste wieder Stück für Stück passieren. Wir konnten nicht die ganze große Ladung auf einmal mitnehmen. Also haben wir das Material wieder unter die Ladefläche in den Transporter angelegt, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, unter das Bett. Und jedes Mal wurde natürlich viel gebetet. Die Menschen in Holland haben gebetet und wahrscheinlich Menschen überall auf der ganzen Welt. Die Teams selbst haben auf der Fahrt zur Grenze auch gebetet. Sie kamen zur Grenze und waren freundlich zu den Grenzbeamten mit ihren Waffen. Auch wenn die türkischen Grenzbeamten nicht sehr freundlich waren. Sie kämpften oft gegen die Kurden und alles Mögliche. Gott sei Dank kamen sie jedes Mal durch. Gott hat ihre Augen verschlossen. Sie haben die Bücher nie gefunden. Es war ein Segen. Wie ist das für dich? Ist es jedes Mal, wenn du geschmuggelt hast, ist es ein neues Abenteuer? Oder gewöhnt man sich da irgendwie dran? Nein, es ist jedes Mal ein Sieg. Jedes Mal, wenn man es schafft, etwas in ein Land zu bringen, ist es ein Sieg. Und damit meine ich nicht nur Bibeln und Bücher. Ich habe auch eine Druckerpresse und eine Radiostation auf diesem Weg geschmuggelt. Ich habe sie mit denselben Transportern ins Land geschmuggelt. Vielleicht können wir später noch darüber sprechen, warum die Druckerpresse und der Radiosender notwendig waren. Aber das war sehr spannend. Wie entscheidet man bei Open Doors, dass man in einem Land bleibt? Du hast gesagt, die Situation war noch relativ ruhig. Ja, natürlich. Im Irak. Es gibt da den Weltverfolgungsindex. Ja. Die Liste aller Länder, in denen die Verfolgung gegen Christen am größten ist. Und es gab eine Zeit, in der es den Christen im Irak relativ gut ging. Damals wurde mir gesagt, dass wir alle Operationen einstellen werden und wir nicht mehr im Irak arbeiten würden. Und ich sagte, nein, nein, das könnt ihr nicht tun. Bitte, ich möchte weiter dorthin gehen. Und sie gaben mir ein sehr kleines Budget, etwa 25.000 oder 30.000 Dollar. Okay, du kannst weiterhin dort arbeiten, aber nur mit diesem Budget. Und mit diesem kleinen Budget habe ich einige Bücher gedruckt und wir haben Bücher übersetzt. Aber Gott sei Dank sind wir dort geblieben und weiterhin präsent gewesen. Denn sonst wären wir dort später vielleicht nicht mehr willkommen gewesen. Wenn man ein Land verlässt und all seine Kontakte verliert, dann ist es schwer, wieder reinzukommen. Aber später mussten wir tatsächlich wieder dort sein, weil die Verfolgung wieder viel stärker wurde. IS kam später? Ja, später dann. Aber davor gab es noch Saddam und die Islamisten. Sie haben so viele Menschen umgebracht. Den Leuten wurde ein Zettel, ein Stück Papier unter der Tür durchgeschoben. Wir wissen, wie viele Menschen hier leben. Ihr habt 24 Stunden Zeit, um zu gehen. Ihr könnt nichts mitnehmen. Ihr verliert euer Haus, euer Auto, alles. Geht, wohin ihr wollt. Aber wenn ihr nicht in den nächsten 24 Stunden verschwindet, werden wir euch töten. Ich habe sogar einmal einen Mann in Dohuk getroffen. Er kam aus Mossul. Ich fragte ihn, wann bist du nach Dohuk gekommen? Gestern. Ich fragte, wie, warum? Und er erklärte mir, dass er mit seiner Frau in Mossul gewesen war und sie mit ihrem Auto fuhren. Und dann wurden sie an einer Kreuzung angehalten, mit vorgehaltener Waffe. Steigt aus dem Auto aus. Geht in den Nordirak. Verschwindet von hier. Wir wissen, wo ihr wohnt. Wir nehmen euer Auto, euer Haus, alles. Dieser Mann hat alles verloren. Und natürlich weinte er. Aber ich fragte ihn, bist du nicht wütend auf Gott, dass dir das passiert ist? Und er sah mich an und sagte, Sir, ohne Gott habe ich nichts. Aber wenigstens habe ich jetzt Gott. Obwohl er alles verloren hatte, sagte er, Halleluja, ich habe den Herrn. Und ich dachte, wow, das war so ein Zeugnis für mich. Weil ich dachte, diese in unseren Augen nominellen Christen, die traditionellen Christen, Welche Beziehung haben sie schon zu Jesus? Aber sie haben eine Beziehung zu ihm. Sie haben das Bedürfnis nach der Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Ich würde dich am Ende gerne um etwas bitten. Ich würde dich bitten, zu beten für die Menschen, die so schlimm dran waren im Irak, die so viel erlebt haben. Du hast es erwähnt, es sind unfassbar hunderttausende Christen. Unfassbar viele sind geflüchtet, haben ihr Zuhause verloren, sind diesem Horror entkommen. Und es sind alles einzelne Geschichten von Christen, die unsere Geschwister sind und die so viel Trauma erlebt haben und die sicherlich ihr Leben lang Heilung brauchen. Darf ich dich am Schluss bitten, zu beten für sie? Ja, natürlich. Es gab ja auch Leute, die entführt wurden. Ja. Und manchmal wurde Lösegeld gezahlt, aber sie wurden trotzdem getötet. Schrecklich. Wir können also für das Trauma beten, absolut. Gerne. Okay, das mache ich. Gerne. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gegenwart im Irak. Du bist immer da gewesen, Herr. Du warst schon vor langer, langer Zeit dort. Du hast die Kirche dort vor Hunderten von Jahren gegründet, lange bevor der Islam kam. Aber als der Islam zu wachsen begann und die Menschen verdrängte, Herr, was für schreckliche Dinge sind dort geschehen. Und wir beten, Herr, dass du das Trauma heilst. Herr, sende den Tröster, den Heiligen Geist zu diesen Menschen, wo auch immer sie sind, ob in Amerika und Kanada, in Australien, in Deutschland, in Europa, überall, Herr. Wir beten einfach, dass du sie segnest, dass du ihnen deinen Frieden bringst, dass du den Tröster, deinen Heiligen Geist schickst, um all das zu heilen, was in ihrem Leben zerbrochen ist. Wir bitten dich, sie zu segnen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jerry, herzlichen Dank für diesen ersten Einblick in den Irak. Nächstes Mal werden wir weitermachen damit und freuen uns schon sehr darauf, wenn du dabei bist, wenn du dich das nächste Mal wieder engagierst für dieses Land. Dank dir, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de slash magazin.